Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen Älterwerden, der 60-plus-Podcast mit Bertram Kasper und Katharina Maria Klein. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die facettenreich etwas zu den schwierigen und schönen Aspekten des Älterwerdens sagen können. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie unseren Podcast und werden Sie dabei entspannt älter. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Gelassen Älterwerden. Heute darf ich Richard Kahn begrüßen. Herzlich Willkommen Richard. Lieber Bertram, Grüß Gott aus Österreich und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch total, dass du hier bist. Katharina kann heute nicht dabei sein. Genau, du bist auch jemand, der sich mit dem Thema Älterwerden beschäftigt und inzwischen ein großes Netzwerk hat, mehrere Bücher geschrieben hat und richtig eingetaucht bist sozusagen in dieses Thema. Und ich erlebe das so, dass die Menschen, die sich rund um das Älterwerden beschäftigen, dass die auch nah zusammenrücken. Und ich finde das gut, weil wir dadurch quasi noch mehr Reichweite bekommen. Und wir wollen heute mal über dich sprechen als jemanden, der auch ein Mensch in Anführungsstrichen ist, der eine ganz private Geschichte hat und wahrscheinlich viele Herausforderungen im Leben meistern musste. Und um dich ein bisschen vorzustellen, ich habe den Eindruck, so wie ich dich erlebe und mitkriege auch über die sozialen Medien, dass du wirklich so einen ganz beeindruckenden Lebenslauf hast. Du hast eine bemerkenswerte Karriere in der Automobilbranche hinter dir, unter anderem als Mechaniker, Fahrlehrer, Konstrukteur und Restaurateur von historischen Fahrzeugen und hast da vor allen Dingen auch für sehr bekannte und auch reiche Menschen besondere Autos restauriert und sozusagen denen zur Verfügung gestellt, beziehungsweise die auch dabei beraten, welche Fahrzeuge denn überhaupt für sie in Frage kommen. Und jetzt hast du dich quasi ein Stück, wie ich das finde, neu erfunden. Nämlich du bist in den letzten Jahren Vortragsredner und Autor geworden und auch weiterhin Sachverständiger für Oldtimer und hast von daher so eine, ja, wie ich finde, Nische nochmal besetzt. Genau. Und wir wollen heute nicht so sehr über dich als Mensch im Beruf sprechen, sondern mehr über den Richard Kahn als Familienvater, wahrscheinlich als Opa, das werden wir gleich alles erfahren, als Mensch, der lange verheiratet ist, der viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Also wollen wir ein bisschen mehr eintauchen sozusagen in dich und deine Geschichte. Und vielleicht beginnen wir mal mit dem, was viele Jahre deine Leidenschaft war. Was hat dich denn fasziniert an Oldtimern? Und gibt es vielleicht auch etwas ganz, ein ganz besonderes Projekt, das dich heute immer noch berührt? Mal danke vielmals für die lange Vorstellung. Ich bin immer wieder erstaunt, was ich über mich höre und lerne. Ja, was mache ich, was tue ich und warum tue ich das? Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal von hinten anfangen und sagen, der liebe Gott ist gut zu mir. Ich darf all diese Dinge tun. Ich muss sie nicht tun, aber ich darf sie tun. Und das ist wahrscheinlich die allergrößte Gnade im Alter. Es ist die Idee, in Rente einfach nur mehr alles fallen zu lassen und nichts mehr zu tun, ist schrecklich für mich. Und sie ist all along für die meisten Leute auch nicht wirklich lustig. Das Paradies Pension, wobei bei uns Pension und Rente gleichgesetzt wird, das Paradies Pension ist kein Paradies, sondern wir müssen es gestalten. Und es ist vielleicht wie mit dem Glücklichsein. Irgendjemand hat da mal gesagt, Glücklichsein ist eine Entscheidung. Und ich sage, wir altern. Aber wie wir altern, ist unsere Entscheidung. So, jetzt gehe ich mal weiter zurück zu deiner Frage. Ja, ich habe ein sehr bewegtes Leben hinter mir und habe wunderbare Dinge erleben dürfen und auch weniger wunderbare Dinge. Aber so ist es halt einmal. Und das Riesenglück ist, dass ich immer noch da bin und dass ich diese Dinge tun darf. Ob das jetzt ist meine Oldtimer-Autos, die immer weniger werden, oder die Oldtimer-Menschen, die immer mehr werden. Weil es ist ja lustig, der Begriff Oldtimer ist ja ein Schein-Anglizismus, weil Oldtimer im Englischen heißt nicht altes Auto, sondern alter Mensch. Altes Auto heißt dort Classic Car oder Vintage Car. Aber die beiden Dinge haben unheimlich viel gemeinsam. Eigentlich könnte man sagen, ich weiß nicht, sie kommen überall hin, es dauert halt ein bisschen länger. Oder der Lack ist irgendwann einmal ab. Oder Autos werden undicht. Autos natürlich nur. Also wir haben so viele Geschichten, die miteinander verbunden werden können. Und das ist herrlich. Ich kann sie sowohl in meinen Büchern als auch in meinen Vorträgen wunderbar miteinander verbinden. Genau. Und sag mir nochmal, was dich als jüngerer Mensch an dem Thema Oldtimer so fasziniert hat. Es ist ein bisschen weiter. Ursprünglich habe ich Jura studiert. Mein Vater hat gesagt, du kannst studieren, was du willst, aber es muss Jura sein. Okay, habe ich studiert mit hinhaltendem Widerstand und habe dann irgendwann einmal doch mich durchgesetzt und habe Maschinenbau gemacht und habe dann das G-Modell mitentwickelt. Dieses Mercedes G-Modell, dieser Kasten. Damals ein relativ einfacher Geländewagen. Und diese Autos habe ich dann als Selbstständiger ab 1980, das ist jetzt 44 Jahre her, begonnen aufzumotzen, aufzumaschatteln, sagt man bei uns. Also all diese Dinge hineinzubauen, die diese Autos damals nicht hatten. Heute kannst du das bei jedem Auto und jeder Firma bestellen. Und nachdem das eine sehr umfangreiche Tätigkeit war, nämlich sehr viele verschiedene Gewerke von Lack über Karosserie, über Elektrik, über Leder, über Holz, all diese Dinge, kam dann irgendwann einmal zu mir ein Herr Baron, der gesagt hat, du, ich habe hier einen alten Landcruiser. Der Motor ist super, aber der Rest ist kaputt. Kannst du mir das auch herrichten? Und das war eigentlich der Einstieg in die Oldtermerei. Der Mann hatte nämlich auch eine ganze Ferrari-Sammlung. Also es kann durchaus sein, dass das so ein Probeballon war, Testballon. Und nachdem ihm das gefallen hat, haben wir, glaube ich, für ihn dann 17 Ferraris restauriert, bevor ich dann mehr zu den Porsches kam. Ja, total spannend. Und gibt es so ein Projekt, an das du dich heute noch erinnerst? Oder wo heute deine Augen noch anfangen zu leuchten, wenn du daran denkst? Naja, vielleicht mehr die Augen zu rollen bei Dingen, die in die Hosen gegangen sind. Dinge, die wir verkackt haben. Da erinnere ich mich an zwei Dinge. Schrecklich. Wir haben eine nagelneue Mercedes S-Klasse, die eine Stoffausstattung hat, verledert und haben da Leder hineingepackt. Und das hat nachher ausgeschaut wie eine aufgeblasene Luftmatratze. Schrecklich. Oder wenn man einen Jaguar restauriert. Jaguar restauriert ist ungefähr so, wie wenn du dich am linken Ohr kratzt und die rechte Hand nimmst dazu. Also das ist irgendwie, da muss man ganz anders denken. Und wir haben es überhaupt nicht geschafft. Auf der anderen Seite haben wir wunderbare Dinge gemacht. Wahrscheinlich sind, je älter die Autos geworden sind, nämlich je früher ihr Baujahr war, desto mehr sind sie mir ins Herz gewachsen. Also so ganz frühe Autos von 1928, 1930, 1932, da bin ich heute angelangt und da geht mir am ehesten das Herz über. Wobei ich fahre auch mit anderen, so aus den 60er Jahren, da fahre ich schnell. Und mit den ganz alten kann man nicht so schnell fahren. Wahnsinn, ja. Für mich ist das ja eine ganz fremde Welt in Anführungsstrichelchen. Ich habe mit Autos nicht viel am Hut. Mir sind Autos nicht besonders wichtig. Ich habe aber einen Freund, der auch Oldtimer sammelt. Und da sich reinzusetzen, ist einfach anders, finde ich, im Vergleich zu den neuen Autos. Und da mitzufahren ist auch anders. Man muss, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ein Oldtimer, ich habe es einmal so bezeichnet, die meisten Oldtimers sind keine Autos, sondern sind ein Stück Kunst, das zufälligerweise fährt. Wenn ich mit meinen alten Autos in mein Büro fahre, einmal zehn Kilometer durch die Stadt, bringe ich mindestens zehn Leute zum Lächeln. Mindestens. Die winken dir, die schauen zu. Und das Erstaunliche ist, auch wenn sie vielleicht stinken und wenn sie laut sind und wenn sie gegen den Zeitgeist sind, sie sind unheimlich toll emotional besetzt. Und das ist das Schöne daran. Also ich gebe dir recht, Autos kann man mögen oder nicht mögen. Immer mehr Leute fahren mit dem Fahrrad oder laufen zu Fuß etc. Aber ein Oldtimer hat eine ganz bestimmte, würde ich sagen, emotionale Komponente, von denen die meisten Leute angesprochen werden. Ich kann das bestätigen. Ich schaue immer hin und her. Manchmal halte ich es sogar an. Neulich bin ich an so einer Oldtimer-Rallye vorbeigefahren und dann habe ich angehalten und habe wirklich geguckt einen Moment. und habe geschaut, welche Autos sind dabei. Das ist schon faszinierend. Sag mal, welches Gefühl hast du, wenn du in so einem Auto sitzt heute? Kommt drauf an, für welchen Zweck. Ich komme gerade von der Enstall Classic. Das ist eine der Europas größter Oldtimer-Veranstaltungen. Ich habe sie vor vielen Jahren gewonnen. Heute habe ich keine Chance mehr, weil da geht es um hundertstel Sekunden und das ist irgendwie nicht mehr meins. Walter Röhrl, ein berühmter deutscher Rennfahrer, hat einmal gesagt, das ist Dipferl-Scheißen. Wie auch immer, es kommt wirklich darauf an, wofür. Wenn ich mit meinen ganz alten Autos zum Beispiel durch den ganzen Süden fahre auf Urlaub, mit meiner Frau oder mit meinen Kindern, dann duckern wir mit 70, 80 kmh durch die Gegend. Wir werden gesehen, wir haben eine Freude. Tempo spielt überhaupt keine Rolle. Sondern ich muss eher aufpassen, dass die Leute, die zur Kamera greifen auf der Autobahn und uns fotografieren wollen zum Beispiel, nicht selber einen Unfall machen. Wenn ich aber dann in einem Wettbewerb sitze oder an einer Rennstrecke bin mit einem alten Auto und eine Startnummer drauf habe, dann werde ich zum Rennfahrer. Ich glaube, die meisten Männer, die eine Startnummer im Auto haben, werden zum Rennfahrer. Das ist einfach so. Also, ich würde sagen, it depends. It's situativ, mal so und mal so. Ja, spannend. Genau. Und jetzt hast du ja einen anderen Weg nochmal eingeschlagen. Nämlich, du bist Autor und Vortragsredner geworden. Und ich habe das ziemlich auch nah verfolgt. Habe immer geschaut, was schreibst du so? Was hältst du für Vorträge? Und wie hast du dich neu erfunden? Also, wie ist es dazu gekommen, dass du quasi diesen Weg jetzt nochmal eingeschlagen bist? Und ich habe mitbekommen, du hast es ja nochmal richtig gelernt. Du hast ja nochmal Ausbildungen auch als Speaker gemacht. Also, was hat dich da so gereizt? Wie kam es dazu? Ich habe also ungefähr 25 Jahre lang Autos restauriert. Zuerst konstruiert, dann restauriert. Und war so in der Rush-Hour des Lebens, oft in einer Woche um die Welt geflogen. Ich glaube, am meisten habe ich gehabt. 17 Termine in sieben Tagen von London über Hollywood, über Tokio, über Singapur etc. Also, absolut irr. Aber geil war es. Ich war so in dieser Rush-Hour drinnen und ich war wichtig. Ich war gefragt. Ich war mittendrin. Und dann war es aus. Plötzlich. Irgendjemand, ob es jetzt der Teufel war oder der liebe Gott, hat mir ein paar Karzinome geschickt. Und wenn du vor dem Arzt sitzt und der sagt sie, sie haben Krebs. Aggressiv. Regeln sie. Das ist wie Vollgas gegen die Wand. Ja, und dann musst du irgendwie umgehen damit. Es gibt meines Erachtens drei Wege, die ich gelernt oder gesehen habe, drei Wege damit umzugehen. Das eine ist, warum ich? Katastrophe, Selbstmitleid. Fürchterlich. Das zweite ist, negieren. Geht mich nichts an. Das muss eine Fälldiagnose sein. Das geht schon weg. Und das dritte ist, jetzt musst du aufpassen. Das ist eine Aufgabe. Das ist eine, ich nenne sie eine Management-Aufgabe. Und ich habe mich dieser Aufgabe gestellt und habe viele Wege gelernt und habe dann für mich beschlossen, ich schließe meine Firma. Innerhalb eines Jahres. Weil das war sehr schwierig. Ich hatte zehn zerlegte Oldtimer hier liegen. Und jeder Oldtimer, und wenn er vorher eine Million wert ist, wenn er zerlegt ist, ist nichts wert. Und dann musste ich schauen, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege und habe meinen Leuten ein Angebot gemacht. Ich hatte damals 15 Leute in der Restauration, war einer der größten Restauratoren, wahrscheinlich mindestens europaweit. Und habe dann gesagt, wisst ihr was, liebe Leute, ich beschaffe euch einen Job, nicht ihr. Ich beschaffe euch einen Job. Ich bin ohne dieses Rekonvaleszent, habe Zeit. Ich beschaffe euch einen Job. Ihr macht die Autos. Weil wenn Menschen sehen, dass sie sich aus ihrem Job verabschieden oder verabschiedet werden, dann sind sie auf der Reise. Dann kannst du sie nicht mehr halten. Dann sind sie auch gedanklich ganz woanders. Und ich habe meine Mannschaft geholt. Eine Frau war dabei. Und dann habe ich ihre Partner geholt und Partnerinnen und sage, pass auf, ich beschaffe euch einen Job. Und der eine tritt ihn an, ich weiß nicht, nach drei Monaten, der nächste nach sechs Monaten, der nächste nach zwölf Monaten etc. So wie wir vom Arbeiten erst fertigstellen können. Und das habe ich dann gemacht. Und die Leute wurden aus der Hand gerissen, nachdem das all handpicked Menschen waren. Ich glaube, ich habe zwölf Azubis, also Lehrlinge ausgebildet. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Und wir haben es geschafft, über ein Jahr alles niederzufahren. Alle Kunden sind befriedigt worden. Und die Leute hatten einen Job und konnten sich auf ihren jetzigen Job noch konzentrieren. Das heißt, wir haben das wunderbar fertig gemacht. Ja, aber dann stand ich vor dem Moment, was tue ich jetzt? Die Firma ist weg, ist passé. Aber das kann ja nicht alles gewesen sein. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich zu erholen. Dann bin ich wieder auf die Uni gegangen und habe noch zwei Master gemacht, freiwillig mit 50. Das war super, herrlich. Auf der Uni ganz neue Dinge gelernt. Nämlich im Kommunikationswesen. Und habe dann begonnen, auch Bücher zu schreiben. Die ersten Bücher waren meine Masterthesen, die zu Büchern geworden sind. Und dann habe ich ein Buch geschrieben über Oldtimer, Autos. Dieses Buch, siehst du es da hinten oben, zweieinhalb Kilo, ist in relativ kurzer Zeit ausverkauft gewesen, obwohl es sehr viel Geld kostete. Also ich bin quasi als Bestseller-Autor eingestiegen. Aber, ja, darf ich eins nicht vergessen, ich habe als Auto-Experte quasi die Seiten gewechselt und wurde Gutachter. Ich habe dann oft dieselben Kunden beraten, wenn andere Firmen daran gearbeitet haben. Und die haben mich gebucht wie eine Bauaufsicht. Bei einem alten Gebäude, das hergerichtet wird, oder auch bei einem neuen, bist du gut beraten, wenn du einen Experten hast, der weiß, wo es wehtut. Und nachdem wir jeden Fehler mindestens einmal gemacht haben, habe ich dann den anderen Firmen helfen können, entweder mit meinem Netzwerk oder mit Tipps oder mit, allein durch Anwesenheit war schon ein gewisses, wie soll ich sagen, so vorauseilendes, vorauseilender Gehorsam da. Sie haben schon gewusst, da passt einer auf. Gut. Und das habe ich dann weitergemacht die nächsten 20 Jahre, bis ich meinen Rentenbescheid bekommen habe. Und dann bin ich zu dem Beamten dort gegangen und sage, sieh, jetzt bin ich 65, das ist fein, okay, kriege ein arbeitsloses Einkommen, ist super. Das war nicht sehr viel, ich bin ja Unternehmer und bin kein Selbstständiger, also bin kein Angestellter oder Beamter, aber darf ich noch weiterarbeiten? Darf ich, schüttelt er den Kopf und sagt, na gern sehen wir das nicht. Und das hat mich besonders angestachelt und sagt, das gibt es ja nicht, ich will ja noch mindestens 20, 25 Jahre arbeiten, nicht gleich wie vorher. Und habe dann überlegt, was tue ich? Soll ich weiter als Gutachter arbeiten? Ich meine, mit 85 komme ich ja und das alte Auto, aber rauf komme ich nicht mehr. Also das wäre Unsinn. Also habe ich nachgedacht, was ich will und kam zu dem Schluss, ich will in Zukunft vom Wort leben, in Form von Schreiben und Reden. Und wie du gesagt hast, Ausbildung, ja, ich glaube, das ist ganz egal, wann und wo und in welchem Alter du bist, bilde dich weiter. Ich mache jedes Jahr mindestens eine, wahrscheinlich zwei oder drei Fortbildungen in verschiedensten Bereichen und das ist unheimlich wichtig, weil du mit anderen Menschen zusammen dich lizitierst dabei, sie dich mitziehen können, du permanent von den anderen lernst. Also zum Beispiel eine dieser Ausbildungen war beim Hermann Scherer, der ist ja sicherlich ein Begriff und ich bin dann beim Hermann nach dem ersten Kurs, bin ich glaube ich dreimal als Crewmember mitgegangen bei ihm. Habe also, ich weiß nicht, 375 Flaschen unter den Sesseln aufgehoben, bei der 376. habe ich es fast nicht mehr geschafft oder habe, ja, Dienstleistung einfach gemacht, hat aber den Riesenvorteil für mich gehabt, ich habe dieselben Vorträge dreimal gehört oder viermal und das ist super, weil da lernst du immer wieder was Neues und wir können ja nur bestimmte Menge an Dingen aufnehmen. Also ich habe mich hier wirklich fortbilden lassen, nicht nur vom Hermann, aber von anderen auch und bei einer dieser Geschichten war eine wunderbare Dame dort, du kennst sie sicherlich und deine Hörerinnen und Hörer auch, Greta Silver. Greta nimmt mein Oldtimer-Buch, wir waren ja aufgerufen, die Bücher da mitzubringen, nimmt mein Buch und schaut es an und sagt, weißt du überhaupt, dass Oldtimer im Englischen nicht alter Mensch heißt, nicht altes Auto heißt, sondern alter Mensch und das war der Moment, wo bei mir der Groschen gefallen ist, super, ich habe mein Thema. Toll, ja genau, echt irre, also wie sich das so gefügt hat sozusagen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch der Auslöser ja eine gesundheitliche Krise war, die dich dazu geführt hat, auch innezuhalten und dein Leben nochmal auf den Prüfstand zu stellen und dich nicht da hinein zu begeben, sondern es als Aufgabe zu begreifen. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen zu, wie du das geschafft hast, diesen Turnaround zu schaffen, weil ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die liegt viel da dran, weil ja immer wieder Menschen auch in unserem Alter, du bist 69, eine gesundheitliche Einschränkung. In drei Wochen 70. In drei Wochen 70, genau, du hast einen Tag vor mir Geburtstag. Wirklich, alles Gute. Genau, und die Katharina hat am 11. August Oh, lustig. Genau. Also die Frage war, wie ist es dir gelungen, diesen Transformationsprozess hinzukriegen? Was war so deine innere Arbeit, wo du sagst, das hat dir am meisten geholfen? Also ich will meine Krankheit überhaupt nicht in den Vordergrund spielen, sondern sie ist für mich einfach ein Teil meines Lebens. Ja. Und so will ich es wirklich auffassen. Nichts mit Wehleidigkeit und nichts mit, ich will euch jetzt belehren, bitte, das muss ich wirklich vorausschicken. Ich würde auch nicht darüber reden, wenn du mich nicht fragen würdest. Ja. Also wenn du da vorm Arzt sitzt und der hat dieses Urteil, das scheck ich. Aber wenn du dann herauskrabbeln willst und dann so eben wie ich es als Herausforderung auffasst, dann gibt es wahrscheinlich mehrere Wege. Ich bin Techniker von der Einstellung her. Daher habe ich mir Listen gemacht. Ich habe begonnen, alles über meine Krankheit, ich hatte Prostatakrebs und habe mit 45, also sehr früh, und habe dann alles darüber gelernt. Ich wollte es wissen, was ist es, was tut es, wie ist die Perspektive, was kannst du tun, etc. Und dann habe ich mir 25 Fragen aufgeschrieben und bin mit diesen 25 Fragen zu fünf verschiedenen Ärzten gegangen und habe jedem die gleiche Frage gestellt und mitgeschrieben. Techniker halt. Ja. Und das war dann, ein Sukkus kam da heraus. Wobei, und das ist vielleicht so ein bisschen eine lustige Geschichte, der, der mir am meisten geholfen hat, war ein Hals, Nasen, Ohrenarzt. Ganz anderes Ende. Der wurde mir empfohlen als ein gescheiter Mann und ich bin dorthin. der hat, glaube ich, eine Praxisgemeinschaft mit einer oder zwei anderen Ärztinnen und Ärzten und ich komme also bei ihm dran und sage ihm, Herr Doktor, das ist so und so bei mir. Was können Sie, wie können Sie mir helfen? Daraufhin steht er auf, geht hinaus in den Warteraum, schaut seine Patientinnen und Patienten an und sagt, ist irgendjemand ganz, ganz wichtig heute? Wenn nicht, bitte sind Sie lieb, Sie müssen zu meinem Kollegen oder zu meiner Kollegin gehen. Ich kann halt nicht mehr. Er hat die Tür zugesperrt, kam zu mir zurück und hat gesagt, so, jetzt hast du zwei Stunden Zeit. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir sind alles rauf und runter durchgegangen und nachher, nachdem er weiß, dass ich ein Techniker bin, greift er zu einem Blatt Papier und sagt, jetzt sage ich dir was. Auf dem Blatt Papier hat er mir ein Gefäß aufgezeichnet im Querschnitt. Also einfach so wie ein U. Und dann hat er gesagt, da unten machen wir beim ersten Strich einmal Stress. Zweiter Strich, schlechtes Essen. Dritter Strich, rauchen. Vierter Strich, sorgen. Fünfter Strich, bla 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 bla. Bis deshalb der Topf voll war. Und dann hat er gesagt, und jetzt kommen da hier ein paar Tropfen herunter. Es ist vollkommen egal, welchen Teil von denen du reduzierst. Aber schau, dass der Wasserstand nie mehr als zwei Drittel wird. Du hast ein Glück. Du hast eine gute Chance. Und wie man sieht, es hat mich weder der Teufel wollen, noch der liebe Gott. Ich bin beiden sehr dankbar. Du hast ein Glück. Du kannst was machen. Ein anderer bekommt einen Herzanfall oder ähnliches und kann nichts mehr machen. Mach was draus. Und das war für mich wahrscheinlich wirklich der wichtigste Moment überhaupt. in dieser Vorgeschichte. Natürlich abgesehen davon, von den Gesprächen mit meiner Frau, die natürlich auch sehr tapfer ist und war. Aber im Endeffekt bist du allein. Es kann dir nicht wirklich einer helfen dabei. Du musst schauen, wie du für dich selber ein Instrumentarium findest. Meins war für mich richtig. Kann für jemanden anderen ganz anders sein. Aber das war mein Weg, damit zurechtzukommen. Das heißt, ich habe dann für mich verstanden, Glaubte zu verstehen, wo kommt es her und wo geht es hin. Und dann ging es nur mehr darum, und was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Welche Methoden? Die bestmögliche. Und mein Chirurg, der Herr Primarius sowieso, mit dem ich dann gesprochen habe, hat dann gesagt, Sie wissen mehr darüber als meine Oberärzte. Klar, von diesem ganz, ganz schmalen Segment, weil ich wollte es wirklich wissen. Ist auch nicht jeder Frau oder jeder Mann Sache. Aber ich glaube, es hilft mir. Weil die meisten Menschen ticken so, wenn ich weiß, worum etwas geht, dann nehme ich es eher zur Kenntnis, als wenn man es mir in keiner Form erklärt. Ich finde das total wichtig, was du sagst und ich will das gerne unterstützen, weil ich glaube, am Ende sind wir Menschen ja unterschiedlich und haben unterschiedliche Einflugschneisen. Und du hast es so schön beschrieben, dass du dir das erklären musstest, dass du es durchdringen musstest sozusagen, dass du die Zusammenhänge verstehen musstest. Und ich glaube wirklich, dass es so ist. Ich berate ja auch viele Menschen im Coaching und in der Supervision, dass es nur wirksam werden kann in mir, wenn ich meinen Weg finde. Und dann ist die Chance, dass der Weg auch zu beschreiten ist, die steigt dadurch, glaube ich, eklatant. Und das Zweite, finde ich, was ich verstärken will, ist wahrzunehmen, wann gibt es etwas, was mir wirklich hilft. Und du hast es ja beschrieben, dieses Gespräch mit dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt, dass das so ein ganz wichtiger Einschnitt war, wo du noch mal ein Stück mehr begriffen hast, was das Leben an sich angeht und wie man das Leben an sich sozusagen gestaltet, um auch sich gesund zu erhalten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja gut, schön, ja. Genau. Lass uns noch mal auf deine Familie gucken. Du hast es schon auch so ein bisschen angedeutet immer wieder, wer gehört denn zu deiner Familie und wie wichtig ist deine Familie? Und dann würde mich noch interessieren, so gibt es so beste Freunde, die du hast, die dir ganz wichtig sind, auch jetzt bei dieser Phase. Und wie machst du das? Bist du auch mit jüngeren Menschen befreundet? Weil das ist auch so ein Thema, was mich total beschäftigt. Also dein soziales Umfeld sozusagen im weiteren Sinne. Wie viel Zeit hast du? Nein, wir werden es abgerissen, aber es sind drei Fragen auf einmal. Also die erste ist, Familie ist das Um und Auf. Wir sind analoge Wesen. Wir wollen eingebettet sein. Mit allen Höhen und Tiefen. Ich bin jetzt mit meiner tollen Frau seit, glaube ich, 41 Jahren verheiratet. Sie ist dieselbe Frau, aber nicht die gleiche. Sie hat mindestens einen Orden verdient. Ich vielleicht auch. Meine Frau ist ganz anders als ich. Sie war Lehrerin und ich Unternehmer. Also da zwei Welten aufeinander gepreit. Aber meine Frau ist wahnsinnig, ich sage busy like a bee. Also sie arbeitet hauptsächlich in Textilien. Sie macht auch jetzt Ausstellungen und Kunst etc. Also wir haben uns in einer Variante gefunden, dass jeder von uns ihr und sein Leben führen konnte. Das heißt, wir machen viel gemeinsam, aber wir machen viel auch nicht gemeinsam. Jetzt fahre ich gerade in zwei Stunden fahre ich nach Tirol für Fernsehaufnahmen und meine Frau macht ganz was anderes. Oder wir machen gemeinsam Urlaub. Aber wenn ich Bücher schreibe zum Beispiel, dann will ich sie nicht sehen. Dann bin ich fünf Wochen, grabe ich mich ein irgendwo und will niemanden sehen. Also das ist kein Widerspruch für mich, sondern es ist wahrscheinlich die pragmatischste und die größte Chance von erfolghabender Verbindung, nicht permanent aufeinander zu hocken. Und das ist, glaube ich, auch wenn man dann in Rente geht, ein großes Problem. Weil sehr viele Frauen sagen dann, ich habe keinen Mann geheiratet, der 24 Stunden am Tag an mir hockt. Also da muss man auch, glaube ich, im Alter einen Weg finden, wie man damit umgehen kann. Also meine Frau, grandios, toll, herrlich, dass ich noch mit ihr zusammen sein darf und hoffentlich sehr lange. Allerdings, wir haben natürlich auch unsere Bumps gehabt, aber irgendwann haben wir gemeinsam beschlossen, alt zu werden. Genau. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil so dieses Committen, dann brauchst du nicht viel drüber nachdenken, sondern sagen, okay, es ist zwar nicht immer lustig, wir gehen uns ab und zu aus dem Weg, aber das ist schon wichtig auf Zukunft. Wir haben da gerade eine Reihe ja in unserem Podcast zugemacht, Liebe im Alter beziehungsweise Liebe in langjährigen Beziehungen und hatten dann auch die Pascalina Pericello, eine Schweizer Alternsforscherin, im Podcast. Und die hat das auch wirklich stark bestätigt, diese Balance zwischen Autonomie und Verbindung. Dass die total wichtig ist und dass es am Ende, und das sage ich auch immer, auch in Richtung zu meiner Frau, eine Beziehung ist auch eine Entscheidung. Ja, ganz wichtig. Und zwar eine Entscheidung, die auch eine gewisse Leidensfähigkeit beinhaltet. Und das ist vielleicht sehr oft der Punkt, wo heute jüngere Leute diese Leidensfähigkeit nicht haben, sondern es passt irgendwas nicht. Das ist wie Wisch und Weg und dann also viel zu schnell hinein und viel zu schnell wieder raus. Die nächste Geschichte, ich habe zwei wunderbare Kinder. Meine Tochter wird 29,5, sage ich. Also sie wird 40 demnächst. Wir feiern gemeinsam ein großes Fest. Die war zehn Jahre in Australien. Das war eine schwierige Zeit für uns natürlich als Eltern. Für sie war sie schön. Sie hat geheiratet in Australien, hat eine kleine Tochter bekommen, eine Enkelin. Jetzt will ich fast sagen, also ja, die ist mir sehr verbunden. Ich bin eher sehr verbunden. Ich habe sie gerade in die Zirkusschule gebracht. Ja, also wir können wunderbar miteinander. Allerdings hat sie auch einen kleinen Bruder inzwischen. Auch das ist wunderbar. Also Enkel sein, Enkel haben ist eines der schönsten Dinge als Älterwerdende oder Älterwerdende. Es hat nicht viele positive Aspekte, aber Großeltern sein ist herrlich. Da bin ich mal gespannt, wann du dann dazu ein Buch schreibst. Ja, ja, es war sogar schon geplant, aber ich sage dir, was es dann wirklich geworden ist. Ich wollte ein Buch schreiben über Five Generations, also fünf Generationen. So, und dann habe ich einen Sohn, der war jetzt sieben Jahre in Wien und er macht Immobilien, Facility Management, ist jetzt wieder bei uns in der Stadt zurück. Er hat eine eigene kleine Wohnung, die er sich gerade errichtet. Wunderbar. Also wir haben hier Jugend um uns, weil wir auch sehr viel Sozialleben haben. Das würde ich sagen, ist die engste Familie. Und dann haben wir eine erweiterte Familie. Auch hier, also der engere weitere Kreis ist irgendwo schon bei 38 Leute oder 40 Leute und wir versuchen mindestens einmal im Jahr uns zu treffen, ein großes Familientreffen zu organisieren, zu arrangieren. Vor allem auch für die, wir nennen es Cousinage, sodass die Cousins und Cousinen wissen, wer die anderen sind, ein Netzwerk bilden, das haben sie ihr Leben lang. Also ganz wichtig für mich, Familie im weiteren Kreis genauso und das muss gepflegt werden. Das geht nicht von allein, weder die Kleine noch die Große. So, die nächste Frage zu Freunden. Ja, ich habe einen, ich habe ein Riesenglück. Ich habe einen Zwillingsfreund. Den sehe ich seit 50 Jahren täglich. Den habe ich wahrscheinlich mehr gesehen als meine Frau. Der ist fast gleich alt wie ich. Wir sind uns irgendwann auf der Straße begegnet, beide auf der Uni mit 19, 20. und seitdem sind wir, ja, wir haben jeden Tag was zum Reden. Wir treffen uns in der Früh zum Kaffee, mal war es um acht und jetzt ist es um halb neun, jetzt bin ich faul geworden, treffen uns um halb neun zum Kaffee und haben immer was zum Reden. Und wir reden eigentlich nie über unsere Frauen oder fast nie, erstaunlich. Aber wir sind beide kleine Unternehmer und haben also da wirklich ein sehr großes Feld, dass wir dem anderen erzählen, was wir erlebt haben, wie wir tun und allein wenn wir uns das erzählen, ist das ein bisschen wie Unternehmensberatung. Weil allein es zu auszusprechen, darüber nachzudenken, ich habe immer einen Zettel im Hosensack und muss dann schnell irgendwas aufschreiben, was mir eingefallen ist dazu. Also einen solchen Freund zu haben, ist unbezahlbar. Ich habe daneben noch, würde ich sagen, drei engere Freunde, die nicht ganz so eng sind und mein Sozialleben ist, meine Frau würde sagen, es ist rege. Und die dritte Frage, der Jugend, ja herrlich. Ich habe, seitdem ich mich selbst erfunden habe, neu erfunden habe, jetzt in diesem Feld natürlich lernen müssen, dass da ganz viele Dinge sind, die ich nicht kann und nicht kenne. Ich meine, ich habe mir jetzt ein Studio eingerichtet und ich lerne auch, mit diesen Dingen umzugehen, wobei sie sind mir relativ wurscht, relativ egal. Ich habe, glaube ich, sechs junge Leute um mich, alle zwischen 20 und 25, die sind toll, die sind aktiv, die sind, die sind, also von wegen Lost Generation oder Last Generation oder Gen Z oder wie auch immer, die sind super. Die arbeiten alle fleißig. Ich habe jemanden, der meine Podcasts macht, ich habe jemanden, der meine YouTubes macht, meine Texte korrigiert, meine Homepage macht, meine Social Media macht und so weiter. Also wunderbare junge Leute und auch hier versuchen wir uns mindestens einmal im Jahr zu treffen, zurückzuziehen an Wochenende und einfach zu sagen, so, jetzt tun wir uns Geschichten erzählen. Jetzt tun wir durch den Wald gehen, das letzte Mal sind wir im Gewitter durch den Wald, eine Wiese hinuntergerutscht, wir waren voller Schlamm und Dreck von oben bis unten und das war super. Also das sind so die Dinge, also du merkst, Sozialleben ist wahrscheinlich wichtiger noch als das Arbeiten und es ist herrlich, wenn das Hand in Hand geht. Ja, wunderbar. Das hört sich sehr reich und vielfältig an. Finde ich total spannend. Was würdest du denn jetzt, wenn du auch auf deine Unternehmergeschichte zurückblickst, was würdest du denn jungen Menschen gerne mitgeben, wenn sie selber sozusagen dabei sind, sich auf den Weg zu machen, unternehmerisch? Was ist deine Empfehlung sozusagen vor dem Hintergrund deines reichhaltigen Lebens, einmal auch als Mensch, aber auch als Unternehmer? Was glaubst du, ist am wichtigsten? Ich fange mal ein bisschen anders an. Senior Connect ist ja vielleicht ein Begriff. Senior Connect ist ein Start-up von drei jungen Münchnern und ich habe mich dort angedockt. Das heißt, ich arbeite mit ihnen intensiv zusammen und stehe natürlich auch oft vor derselben Frage, die du gerade gestellt hast. Nämlich, wo kann ich als älterer Mensch beitragen? Wo kann ich einen Ratschlag geben, ohne einen Schlag zu geben? Wie kann ich inspirieren, wie kann ich ein bisschen vielleicht auch korrigierend eingreifen, indem ich sage, denk darüber nach. Aber ich gehe wieder zurück zum Listenschreiben. Ich habe für mich gelernt, ganz egal in welcher Situation, Listenschreiben ist unheimlich wertvoll. Nehmen wir mal an, wenn es darum geht, ich will Unternehmer werden, weiß noch nicht was. Dann hätte ich gesagt, mach drei Listen. die erste Liste ist, was mache ich besonders gerne? Die zweite ist, was will ich unter keinen Umständen machen? Und die dritte Liste ist, was hindert mich an der ersten Liste? Was hindert mich daran, das Erstere zu tun? Und dann sage ich, mach diese Liste über sechs Monate und geh sie einmal in der Woche an. Nimm dir eine fixe Stunde oder halbe Stunde, sag Montag um 16 Uhr arbeite ich nur an dieser Liste und am besten, du gehst raus irgendwo hin, weit, disloziert in den Wald, irgendwo hin, wo dich kein Mensch sieht und hört und dann denk nur darüber nach und geh über die Liste drüber und du wirst drauf kommen. Über sechs Monate wird diese Liste sich verändert. So work in progress. Und dann macht ihr einen D-Day. Sagt ihr, am 27. Oktober um 15 Uhr treffe ich die Entscheidung und halte mich daran. Und dann tue ich nicht mehr, verzeihe, Zweifelscheißen, dann tue ich nicht mehr überlegen, richtig oder falsch oder kann ich oder kann ich nicht, etc. Gar nichts, sondern mach das. Und das, glaube ich, bringt wahnsinnig viel Struktur in deinen Entscheidungsprozess hinein. Egal, ob du jetzt ein strukturierter Mensch bist oder nicht. Das Problem ist sonst, dass du ununterbrochen abgelenkt wirst. Ja, das ist super. Oje, das mag ich überhaupt nicht tun. Also egal, ob es auch dasselbe kannst du meines Erachtens verwenden, wenn es darum geht, mit, sagen wir, 55, 58 zu sagen, wie schaut meine Zukunft aus? Wie will ich weiter tun? Schlittere ich einfach in die Rente und dann wird es schon irgendwie werden? Dann können wir Reisen machen, und dann können wir den Keller räumen, dann können wir den Zaun streichen. Ich garantiere dir, so nach sechs bis neun Monaten hat es sich ausgereist, der Keller ist zur Hälfte geräumt und der Zaun schaut immer noch gleich aus wie vorher. Außer du hast einen echten Plan und sagst, in dieser Zeit mache ich das, das, das. Das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt, so wie du sagst, grüne Wochen, rote Wochen mache. Das ist ja schon ein wunderbarer Plan. Aber es ist eine Struktur und wir Menschen brauchen Strukturen. Murphy's Law, klar, es wird alles passieren, was passieren kann, aber wenn wir strukturlos sind, dann ist die Chance, glaube ich, viel, viel geringer, dass wir auch Erfolgserlebnisse haben. Genau so ist es, ja. Ich habe übrigens auch eine Liste gemacht für meine dritte Lebensphase, quasi. Und zwar schon 2019 habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und genau und so bin ich gut strukturiert jetzt seit Erste, Zweite eben in dieser Phase der Freitätigkeit, wie ich das gerne nenne, nach Leopold Stieger, ein österreichischer Kollege von euch, genau. Und ja, ich kann das empfehlen oder ich kann mich da gut wiederfinden in dem, was du sagst. Genau. Lass uns nochmal schauen, was ist dein Lebensmotto oder was würdest du sagen, was steht über deinem Leben und das verbinde ich gerne nochmal mit dem Aspekt, Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Du sagst, du kannst dir vorstellen, noch 20 Jahre zu arbeiten, eben anders als bisher oder wie du das vorher gemacht hast. Lebensmotto in Verbindung mit deiner Vision für die Zeit deines Lebens, die noch bleibt. Also erstens einmal, ich will nicht wissen, wie viel Zeit mir bleibt. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Sag mal, wieso das für dich schrecklich ist. Was findest du daran schrecklich? Ich mache es wiederum an einem anderen Beispiel fest. Mein Bruder hatte ALS und ist jetzt vor mehreren Monaten verstorben. und der hat ziemlich genau gewusst, wie lange er noch zu leben hat. Und das ist, glaube ich, äußerst schwierig, damit umzugehen. Er hat das grandios gemacht. Er hat ungefähr zwei Jahre Zeit gehabt dafür und hat so nach der Reihe alle für ihn unwichtigen Dinge weggegeben. Alle ökonomischen Dinge, zum Glück hatte er keine ökonomischen Sorgen, etc. und hat sich dann nur mehr auf Menschen konzentriert und hat gesagt, jeden Tag will ich einen Menschen treffen und hat zu seinem, ich weiß nicht, zu seinem 65. Geburtstag 65 Menschen eingeladen und jeder hat irgendwie beigetragen zu dieser Geschichte. War toll, aber ich möchte das nicht tun, wenn es irgendwie geht. Also wenn der liebe Gott mir gnädig ist, puff aus, vorbei. Das war es einfach. Trotzdem, und das ist das, wie soll ich sagen, wenn ich heute gehen muss, okay, ich habe keinen Fehler ausgelassen. Ich habe so ziemlich alles Tolle und weniger Tolle erlebt, was man im Leben erleben kann. Ja, okay, soll sein. Also ich trauere dem nicht nach. Auf der anderen Seite, wenn wirklich der Moment kommt, wo ich gehen will, dann soll man mich hoffentlich gehen lassen. Also das vielleicht zu meinem Ende. Die Zeit bis dorthin, ist eine richtig viel lustigere Frage. Ja, ich will weiterhin Bücher schreiben. Das nächste ist schon in Vorbereitung. Das werde ich im nächsten Frühjahr schreiben. Ich werde, ich möchte weiter Vorträge halten. Ich will meine Zielgruppen, und das sind auf der einen Seite ältere Leute per se, die ich inspirieren will, nie mit dem Aufhören anzufangen. Und ganz wichtig Unternehmen, denen ich auf der Bühne vorhüpfen will, dass sie Geld verbrennen, wenn sie die alten Menschen nicht entsprechend gut behandeln, wenn sie die älteren Menschen außen vor lassen, wenn sie sich nur auf die Jungen konzentrieren und den Älteren quasi nichts bieten wollen, außer sie in die Rente zu schubsen. Denn nicht nur, dass es immer schwieriger wird, Arbeitskräfte zu kriegen, sondern diese älteren Arbeitskräfte haben unwahrscheinliche Fähigkeiten. Und die Wissenschaft weiß ganz genau, dass gemischte Teams möglichst divers die allerbesten und erfolgreichsten Teams überhaupt sind. Warum das so komplett negiert wird von der Wirtschaft, verstehe ich nicht. Aber das ist nun mal so. Das ist irgendwie schon in den 1970ern hängen geblieben, wo es geheißen hat, da draußen warten fünf auf ihren Job. Entweder sie machen ihn oder wieder schauen, Baba und Fall nicht. Wird sich auch langsam ändern, ist aber, ja, ist ein gesellschaftliches Problem, würde ich sagen. Und die Leute, die dann 20, 25 Jahre in Rente sind und leidenschaftlich gern beitragen würden wollen, die lasst man einfach gehen. Also ist dumm. Aber es geht auch um die Leute mit 55 etc. Vielleicht ganz kurz zum nächsten Buch. Das nächste Buch, das ich schreiben werde, geht über den, nennen wir es die stille Reserve am Arbeitsmarkt. Ich nenne es die vergessenen Frauen. Vergessenen Frauen, 45, 50, für die es keinen Arbeitsmarkt gibt. Wenn die wieder einsteigen wollen, wenn sie nach ihrer Care-Arbeit, die Kinder sind aus dem Haus, womöglich wollen sie was dazu verdienen, wollen sie sich verwirklichen, der Mann ist auch aktiv oder auch nicht, sagen, ich will jetzt wieder arbeiten. Für die gibt es keinen Markt. Schrecklich. Also daran will ich jetzt arbeiten. Aber für mich, und jetzt mehr zur philosophischen Frage natürlich, jetzt darf ich wieder die Wolte ziehen zu dem, wo ich dann krank geworden bin, da musste ich mir schon die Frage stellen, wozu bist du überhaupt da? Also die ewig unbeantwortete Frage nach dem Sinn des Lebens. Und da habe ich wieder für mich eine Philosophie gestrickt und gebastelt. Wird für viele nicht passen. Aber meine Idee ist, mein Sinn des Lebens ist, das Erste, die Welt mit mehr zu verlassen, als du gekriegt hast. Und es hat nichts mit Geld zu tun. Aber der eigentliche Sinn wahrscheinlich ist, glücklich zu sein. Allerdings, und das ist die Einschränkung, niemals auf Kosten anderer. Ja, schön. Genau, ich habe noch zwei, drei Fragen vorbereitet, eigentlich die so ein bisschen in so eine Spaßrichtung gehen. Aber ich finde das eigentlich jetzt gerade zu schade. Ich würde einfach mit dem, was du gerade zum Sinn des Lebens gesagt hast, enden. Und ich danke dir herzlich für das Gespräch. Und ich danke dir herzlich für deine ganz persönlichen Einblicke auch in dein Leben und in deine Person und in dein Menschsein. Und ja, ich bin angeregt durch das Gespräch. Ich habe mehr Energie als vorher und sage herzlichen Dank. Lieber Bertram, danke vielmals. Du hast mich gefordert. Ich habe vielleicht auch mehr von mir erzählt, was ich eigentlich wollte. Aber ich freue mich, wenn ich damit irgendjemand inspirieren kann. Und wenn ihr mehr wissen wollt, ihr findet mich auf richardkahn.com oder über dich. Ich freue mich auch, wenn wir dieses Gespräch fortsetzen können. Ich gratuliere dir zu deiner Rot-Grün-Lösung. Diese Ampel ist eine andere Ampel, als wir sie in der Politik haben. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und ich bin ganz sicher, auch dein Weg ist ein ganz ein toller und jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Ja, herzlichen Dank. Alles Gute. Alles Gute dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war es heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Haben Sie uns schon auf unserer Homepage besucht? Auf www.gelassen-elter-werden.de finden Sie noch mehr Informationen. Oder Sie besuchen uns auf YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn. Über Ihre Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Denn welcher Best-Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und allzeit entspannt. Bis zum nächsten Mal sagt Ihre Katharina Maria Klein und Ihr Gertram Kasper Gertram Kasper Gertram Kasper